Habe ich hier hinten nämlich auch Müssten wir erstmal Eigentlich zusammen ein Platin Müssten wir Optionalerweise sinnvoll Aber ich habe gehört, dass du glaub ich auch tot bist Ja Ja genau, der ist am Spawn Übertreib Warte mal Warte mal, ich komm um den einen nicht rum Ich bin gleich tot Ja und Ja ja und Mir auch Danke Das Pisser mit dem Schild Das ist scheiße Der nervt Der geht einfach auf den Sack Deiner hat einfach keinen Schaden genommen Boah nimmt einfach mal Bisschen Schaden davon Es ist unglaublich Nur weil wir einfach Instant 3 Level drunter sind und einfach nur schlecht Ja Aber der eine ist platt gleich Das haben wir schon mal Jutsu weit gemacht Wow Boah Der krieg dich Ja Boah Boah Der Arsch ganz hervor auf mich losgeht Geht doch Alter ich krieg noch nicht mal Boah Je Drecksviecher ne Mixer Alter Schwede Bin ja schon wieder tot Bin aber wieder da Oh Och Mann Guck mal scheiß Psychos hier Selbst mit Psycho auch noch hier Ah nächstes Level Yolo Jaaaa Es explodiert doch nur noch hier Boah wisst ihr was hier frisst du einfach mal diese scheiß Granaten Bist du einfach mal nur Granaten hier bitte Und hier bitte Hier bitte Boah wie viel hier andauernd auftauchen ne Ah man Es ist ja auch noch tot gegangen Oh Jaaaa Boah Egal Deine ist tot leuchtet Also Alles 88 So Ach Komm Ernsthaft Wiliwiliwiliwiliwilibad So es mal aufplan Wieso bin ich grad so schnell verreckt Dammt du Scheiße Ja wenn du zu oft hintereinander down gehst Dann Ja Das lecker Psycho alter kannst du Oh Und ich hab grad nur Slackern bei mir Ich hab grad nur Slackern bei mir Ich muss mir ne bisschen kellen Töte Monstertruppenangriffe bla 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 Egal Egal Einfach die Granaten wieder nutzen Ja Klar Die ziehen die einfach magisch an und du ballerst da einfach noch mit einem schönen Headdy drauf Ich hab nur noch neue Stärken, neue Stärken, neue Stärken, neue Stärke Hm Ohhhhh Komm ein Schuss noch Friss Und neue Stärke wieder So die Seite ist erstmal gleich voll abgemöbelt Warte mal Ja Boah ein 6000er Schaden Lenk den nochmal ab Ja du musst mich wieder überleben Du musst Mörter zur Weisgut bringen damit er mit dem Aufzug runter kommt Der Boombringer Mörter's heiß geliebter Crofter Ich hab mir eben selbst noch zu Schaden zugefügt Wer tritt das Mainstreet Reservat und finde den Ach finde Kopter Ok Finde Grupp der Ok Das machen wir jetzt noch Na ja Oh Ja Vor allem treffe ich gar nicht damit ihn Ja Nee du ist er tot Ja Du musst auf jeden Fall in der Nähe sein also kann ich verzeih Oh ich brauche Granaten Ach laber nicht Weil die sind gar nicht schlecht Oh Ah apropos Granaten und Menü Level aussehen 25 Aber schon 25 Ja Hat 25 Ist so schön Ist so schön Ist so schön Ich bin auch noch ein bisschen Oh nein Trollololol 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 Trollolololol 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 Pfff Ach Centus 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 Was soll ich nur mit dir machen ja jetzt muss ich auch noch ein vor allem habe ich den einen nämlich eben gar nicht gesehen der war kein schnitt tot das maul davon von den tippen springen scheiße und ich bin ich verbrenne einfach ich dachte ich schaffte den sprung gestorben doch nicht schon wieder einer mensch du bist noch so ein bisschen im action mit dem schildmann ich bin einfach dachte so da kannst du so lange gehen aber das war der stein wo ich ja das scheint rück oh ja oh ja warte was willst du auch kommen naja das was das was leer von mir komplett muss ich übernehmen ein bisschen verballern muss ich los mach' ach komm geht doch einfach mal scheißen hier müssen wir nicht hin weiter weg einfach lach kommen was was jolo und laufen und wurmloch meins ja auch gut dass du den noch gemacht hast vor allem haben so viel wir sind so stark ja gar nicht wo ist das viel jetzt hin wo ist es wo ist es da kommt es boah das war knapp eben ich bin mir nicht fast verregt jetzt erleide ich noch mehr schauen weil ich gesluckt worden bin wir sind beide korrosion das wir müssen noch ein bisschen mehr schaden ist klar irgendwo außenrum anscheinend nach spiel hier lang hier lang ja da könne ich könne mich auch kräftig am arsch lecken tschüss ouch oh hinter mir tschüss oh da mache ich einen falschen kaputt oder nur treffen oder nur treffen centus ich bin gleich tot hey was war das centus ich war hier vorne ja ich war hinter dir genau ich weiß warum hast du ihn nicht gerettet weil ich den hochholen wollte dass du auf ihn schießt aber das hat nichts gebracht zwei sekunden weil ich einfach meine ich weiß nicht wo ich meine feuerwaffe gelassen habe das ist das komische weiß ich nicht sind nur so wichse hier vorne im ding achtung sie betreten ein sperrgebiet ja und ich betrete erstmal hier wieder rumkack hier ja prügel doch einfach noch den dummen wichser kaputt das soll das fickt ding hier kriegst du den ich glaube schon jetzt mach willi du bist tot ja weil ich habe nicht getötet ja ich dachte du kriegst grad den letzten schuss ne denken so wie kommt zurück das maul das maul du scheiß ding ich weiß nicht wo ich meine feuerwaffe gelassen habe ja mit safe wahrscheinlich ne ich bin schon verkauft oder so fick schocken hier frisst du einfach die ganze kacke hier so junge nerv nicht mann jollo hier nimm alles was du hast und friss dann geh doch nicht zehn meter zurück du arschgeige komm einfach wieder mann meine waffe umkreis den du steppen nur dahinten mhm hier direkt ins gesicht hier in die muhl hier komm in die scheiße mit deine kacke muhl wenn das direkt in dem moment voll wenn ich drück gut ja auch noch ein brennenden ihr habt ihr alle gelitten ja ihr habt ihr alle gelitten ihr scheiß Mist Bastarde halt doch Kackstifte seid ihr boah die gehen halt in einer Woche auf den Nerv ne ja sicherlich du bist du Kutter mach einfach weiter das ist zum kotzen boah ne für mich haben wir dir mal scheiße neuer Skin verdient ohja und immer wieder dahinten weißt du lebe und du Untertitelung des ZDF, 2020